Hallo, liebe Leute, hier ist euer Corporal NoFace, bei mir der Flopo und geistig bei uns der liebe Paddy. Ja, gut so. Joa. Aua. Musch mich nicht immer schlagen, wenn wir anfangen. Aua. Och, tu es, tu es, schlag ihn. Niemals. So, wie ihr hier schon seht, haben wir Terraforming gemacht. Und, joa, au, au. Du bist fies. Immer wieder gerne. Ja. Query da hinten war schon, glaube ich, abgebaut, letzte Runde, ja. Und heute wird sich ums Lagersystem gekümmert. Dafür brauchen wir mal eine Black Hole Chest. Da fehlt uns doch nur auf Obsidian, ne? So fast ich nicht. Was uns da fehlte. So, wir haben zwei Diamantenklötze, sag ich mal so. Ja, ich meinte, er fehlt uns Obsidian. Da, Diamond-Spitzhacke und... Du kannst Obsidian eigentlich auch mit Emerald-Spitzhacke bauen? Nein, kannst du nur mit Diamanten. Oder Query, ne? Oh. Schau, was man Uran nicht fressen kann. Hätte ich irgendwie voll Lust drauf. Dann fahr ich mal mit der Mine runter, äh, mit der Lore runter, ne? Mach das, hast du denn die Hacke? Hab ich hier. Gut, dann mach das. Du kannst ja schon mal Terraforming machen, oder was, was dir einfällt. Ja. Irgendwas Sinnvolles zumindest. Ich kenn dich ja. Oh mein Gott, es geht los. Was geht los? Der Stream. Was für ein Stream? League of Legends. Beste Spiel. Beste Game. Ich hab aus Versehen gerade ein Interview abgelehnt. Ah, okay. Aus Versehen. Aus Versehen? Ja, wirklich. Aus Versehen. Okay, keine Ahnung, wo ich hier bin. Wo komm ich her? Ja. Ach, da. Okay. Hab mich verlaufen. Verlaufen? Ja. Okay. Ich bin unterüglich da. Also, Paddy ist heute da, um uns fertig zu machen. Ja, also, nee, nur dich, Flo und ich. Ja. Der Stenker nur zurück. Das ist fies. Stenker ich halt auch. Nee, du kannst das nicht. Du bist scheiße. Das will ich auch alleine, das muss man nicht sagen. Normal. Ich find mal ja auch nirgendwo Obsidian. Das ist Uri schon seit vollen eineinhalb Minuten und noch nirgendwo Obsidian gefallen. Schrecklich. Das Spiel ist so verpackt, das macht keinen Spaß mehr. Ah, jetzt sind sie ja gerade beim Bannen. Ja. Jasu ist gebannt, Kha'Zix, Wayne, Olaf, Kasadin. Inwiefern Bannen denn? Na ja. Wayne rauswerfen. Permanent? Nur für das Gehen, das heißt, du kannst sie nicht auswählen. So. Ist praktisch, wenn du irgendein Geschenkpass hast, den du wirklich hasst, wirklich abgrundtief. So, jetzt haben wir, was hat er erst jetzt noch genommen, der linke? Der linke hat Elise, das ist die Spinnenschlampe. Mhm. Und rechts oben, ja, der, ich weiß nicht, ich hab... Ja. Ich glaub, der weiß nicht, was man nehmen will. Caitlin und Kragas. Kragas ist bisschen Mitte. Du hast nicht zufällig irgendwo Obsidian gesehen? Ne. Mach doch jetzt selbst welches. Oh, er hat den Dicken genommen hier, wie heißt der? Kragas. Okay. Wie macht man um Obsidian stillende Lava? Stillende Lava-Quelle und Lava draufkippen. Wasser draufkippen. Also, Jan, das weiß selbst ich. Ja, ich weiß es nicht ganz hundertprozentig. Das weiß selbst ich. Ja, es tut mir auch leid. Schlecht. Ja, du bist schlecht ich weiß. Du bist schlecht. Was, ich? Wieso das denn? Ich bin doch der Volle Pro. Ja, nein. In allen Games, die du nicht kannst. Das stimmt. Wie GoFletters zum Beispiel. So. Was ist denn ein AA-Spiel, Flo? Ach du Scheiß, das ist ja ein riesiges Spiel. Nein, ich habe jetzt Vöbel, ey. Das ist egal. So mache ich mir jetzt hinzuhören. Also, ich glaube, wir sollten mal nicht Penn gehen. So. Pennst du auch schon lieber Flo? Na, ich mache mir hier gerade auch eine Tür zurecht. Oh, Flo. So, ein neues Game Weekend. Dreifach A. Oh, Flo. Wie nennen wir das Spiel mal? Äh, Triple A. Triple X. Triple X. Thema? Hm. Flo, was ist denn ein gutes Thema? Leben. Weiß ich nicht. Ein gutes. Stimmt, du hast kein Leben. Ähm. Ich nehme mal Horror. Horror, Action und Abenteuer, Plattform, das und das, Engine, meine, die ich jetzt nicht aussprechen möchte. Ja, liebe Leute, meine Kraft ist schön. Hm. Flo, ne Idee, wo wir Wasser machen können? Äh, hier Obsidian herstellen? Nö. Wir brauchen sechs Obsidian. Äh, es war wohl für Lava, ne? Ja, da oben am Vulkan, ne? Hast du den wenigstens schon Eirrmer? Ja, hab ich gerade entleert und der war mit Wasser gefüllt. Okay. Wenn du Holz brauchst, dann ist ein Dorf. Ich hab genug Holz auf Tasche. Stimmt, das wollte ich auch noch machen. Es gibt so viele Sachen, die ich jetzt vorhabe, die ich aber nicht alle machen kann. So, mal gucken, wer spielt denn hier gegen wen? Was ist denn fies? Was denn? Naja, wenn man sich so die Champions anguckt, das ist echt immer ein. Gragas im Jungle, das funktioniert? Anscheinend. Ah, sehe ich ja auch so. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest, aber anscheinend, sag ich einfach sagen. Aber Flo weiß schon, wovon ich rede. Ein wenig. Flo, willst du auch Lava Eimer? Nö, ich komm gerade oben rauf, einfach mal gucken. Ja, ich bin schon wieder unten. Ich muss auf dem Weg nach unten. Okay. Diese ist der Rhythm of my night. So. Mann, ey. Ich hasse den Vulkan. Und ich weiß, er hasst mich. Patty spielt so ein cooles Spiel. Wie heißt das nochmal? Game Death Tycoon. Gerade bei Steam in Angebot. Nein, war letzte Woche in Angebot. Stimmt. Kostet es uns noch mehr. Und wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Ich bin noch gerade dabei. Ich seh es ein. Du musst dich in die Irrenanstalt schicken. Yay. Ich fresse gerne Melone. Sie bringt mich gar nix. Außer ein Lebensball. Äh, Punkt. Hunger, Punkt. So lange schon kein Minecraft mehr gespielt, dass man die ganzen Begriffe nicht mehr weiß. Ciao. Passiert, oder? Oh, fertig, geht los, du. Ja, ich weiß. Ich bin gerade schon fertig beim Gucken. Ich bin gerade schon. Swimming in your sink up my eye. I don't wanna chase you all night. I wanna make you feel more than all right. Baby, please stop the main belief. Cause I don't wanna wait to stay the night. Staring at your face, you stare at mine. I wanna make you feel more than alive. Let it be, let it stay with me